Ja, hallo, mein Name ist Uwe Lührs. Ich komme aus Bremerhaven und zwar vom Geschäft der Spielspaß. Wir sind ein Spielefachgeschäft mit momentan, würde ich sagen, so circa 2600 verschiedenen Spieleexemplaren, das heißt Titeln, die wir auch immer das ganze Jahr über vorrätig haben, also recht große Auswahl auf sehr viel Platz. Wir haben eine große Spielfläche, wir bieten zweimal im Monat immer einen festen Spieleabend an, der teilweise bis 12 oder 2 Uhr nachts geht, aber überdies hinaus gibt es auch die Möglichkeit, natürlich die ganzen Sonderspiele-Tagebau zu nutzen, teilweise mit Catering dabei und natürlich auf jeden Fall jeden Abend auch mit guter Verpflegung. Pegasus kennen wir eigentlich schon seit unserer Anfangszeit, das heißt also wir, unser Geschäft gibt es mittlerweile seit 28 Jahren. Pegasus ist noch nicht ganz so lange, aber seit es Pegasus gibt, sind wir Pegasus-Kunden und müssen sagen, es macht uns sehr, sehr viel Spaß, alles das, was Pegasus bringt und auch mit Pegasus zusammenzuarbeiten. Denn die Mitarbeiter, ja ohne eben halt jetzt hier so ein bisschen schleimerisch zu wirken, aber die sind wirklich gut drauf, die Jungs und das macht sehr viel Spaß. Die Beziehung untereinander ist mehr eine freundschaftliche Beziehung als eben halt irgendwo eine Businessbeziehung. Und deswegen muss ich sagen, Pegasus, das lohnt sich. Die Beziehung untereinander ist mehr eine Bühne. Untertitelung des ZDF, 2020